Moin Leute, was geht? Mein Name ist JudoGamescom auf der Playstation 4 und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Ich freue mich jetzt mal wieder, dass du eingeschaltet hast und heute geht es mir um den Steve. Steve, ich wollte ja ein Video heute oder in den nächsten Tagen über dich machen, das wird auf jeden Fall noch kommen. Der Steve ist ein Abonnent von mir, der hat ein Video von mir genommen, wunderbar zurechtgeschnitten, aber das kommt jetzt ein andermal, jetzt kommt ein anderes Video und zwar ein Informationsvideo, weil ich gehe irgendwo hin. Und vielleicht sehen wir uns ja auch da, weil ich gehe zum Oktoberfest nach München und da freue ich mich schon richtig drauf, weil es mein erstes Mal ist, dass ich überhaupt auf einem Oktoberfest bin. Ich war noch nie auf dem Oktoberfest und ich freue mich richtig, diese Stimmung zu erleben in München. Vom 22. September bis zum 24. September bin ich auf dem Oktoberfest in München und das wird richtig, richtig cool, weil das Oktoberfest, da wollte ich schon immer mal hin in meinem Leben und ich bin jetzt 22 Jahre alt, nächstes Jahr werde ich 23 und da muss man einfach mal hin und wegen dem gehe ich dieses Jahr hin und freue mich schon mega. Ich gehe alleine hin, leider hat sonst keiner Zeit auf das Oktoberfest. Leute, die ich kenne, arbeiten alle, aber ich freue mich schon, ich gehe halt alleine hin. Gut, äh, war Scholz, war Scholz, ja, Freilicht, oder wie man so sagt. Ähm, auf jeden Fall, äh, gehe ich dorthin und werde mich besaufen. Und ich werde einfach ein Hangover haben, das wird richtig schön. Ich meine, einmal im Jahr schieße ich mich tatsächlich ab, ähm, weil ich das einfach brauche. Es ist natürlich sehr schädlich, klar, ja, ich weiß, aber das Oktoberfest, das gehört einfach dazu, dass man sich einfach besauft und ich werde mich besaufen bis zum Unfall. Also nicht bis zum Koma, sondern einfach, ich kenne meine Grenzen, ich werde so sechs bis sieben Maß Bier trinken, äh, am Tag, das wird mir mal reichen. Danach werde ich feiern, tanzen, lachen, Gaudi machen, ähm, und werde dann kotzen. Ähm, ich weiß schon, wie es abläuft. Grapschen werde ich nicht, ich bin tatsächlich kein Grapscher. Ich kann mich wirklich volllaufen lassen, aber eine Frau würde ich niemals irgendwie anfassen. Das habe ich schon getestet, das funktioniert bei mir nicht. Ist schon mal sehr gut, weil... Ich bin ja nicht blöd. Da muss also viel passieren, bis ich eine Frau anfasse. Passiert bei mir nicht. Auf jeden Fall, ähm, werde ich dort da sein, werde viel Bier trinken, werde vielleicht auch noch eine Achterbahn fahren. Und, ja, nach den zwei Tagen werde ich wahrscheinlich 200 bis 300 Euro ärmer sein. Das Oktoberfest kostet viel Geld, ist mir auch klar. Und, ja, habe ich schon mal mein, 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 mein Monats, mein Monatsbudget aufgebraucht. Aber, ja, egal. Ich werde auf jeden Fall Videos machen, wenn es geht. Ähm, äh, ja. Und, dann werden wir mal schauen. Wollte ich das nur sagen, dauert ja natürlich noch ein bisschen, bis das Oktoberfest ist. Und, ja, dann sehen wir uns. Und das nächste Video, das wird ein Video über den Steve sein. Ein YouTuber, der cool ist und ihr könnt gespannt sein. Haut rein, vielleicht sehen wir uns auf dem Oktoberfest in München. Ciao, euer Flo.